Ihr habt uns herausgefordert, ich bin euer erster Gegner für Tunesia 2, ja, ihr wollt's Cosmo oder Burning Abyss, ich mach euch fertig, Mann. Oito, was geht ab Leute, Team Babbelt hier mit einer neuen Folge der Fan Challenge. Heute hatten wir uns Schnitzel herausgefordert mit seinem Spellbook Prophecy Deck, das sieht man auch nicht mehr so oft heutzutage und der Tunesia 2 mit seinem Cosmo Deck wird uns vertreten. Fan Challenge seit neuestem von Yu-Gi-Oh! Card Market gesponsert, der Gewinner kriegt 5 Euro Market Gutschein, nochmal danke an die, schaut's vorbei, spielt's mit und versucht euer Glück. Nähere Infos wie man mitmachen kann und die Statistik von allen Spielern findet ihr am Ende nochmal, ansonsten viel Spaß beim Duel. ! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020